Hallo und willkommen zu diesem kleinen Giveaway Video. Weihnachten steht ja, wie ihr wisst, kurz vor der Tür. Und ich habe es ja schon in anderen Videos angekündigt, es wird immer mal einige Verlosungen hier nochmal auf M1 Molta geben, die ich dann nach Weihnachten zusammen auflösen möchte. Hier habe ich eine Verlosung zu meinem oder einem meiner letzten Videos, in denen ich hier diesen WC-Sitz montiert habe. Und zwar einen WC-Sitz von Dombach. Link zu dem Produkt übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung. Dieser WC-Sitz oder diesen WC-Sitz hat mir Dombach zur Verfügung gestellt und ich habe von diesem WC-Sitz noch drei Stück hier auf Lager. Und diese möchte ich jetzt einfach an meine Zuschauer weitergeben. Was müsst ihr machen, um an so einem WC-Sitz zu kommen? Ganz einfach. Schaut bitte zuerst unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einige Bedingungen und Regeln. Lest diese bitte durch. Nur wer mit diesen Bedingungen und Regeln einverstanden ist, kann hier mitmachen. Und bitte geht jetzt unten in die Kommentarfunktion und schreibt mir einen Kommentar. Hierfür ist es allerdings wichtig, dass sie mir in diesem Kommentar zustimmt. Das heißt, ihr müsst diesen Bedingungen und Regeln zustimmen und natürlich auch der DSGVO. Denn nur wer hier zugestimmt hat, kann hier auch mitmachen und dann dementsprechend was abgreifen, was gewinnen. Ihr könnt hier natürlich mitmachen bis zu dem Einsendeschluss, den ich euch hier oben in der Ecke eingeblendet habe. Nach dem Einsendeschluss, also nach Weihnachten, werde ich hier die ganze Geschichte mit den anderen Giveaways zusammen auflösen. Wer kann hier gewinnen? Ganz einfach. Ich stelle jetzt hier einfach mal keine Frage. Ihr könnt mir deswegen auch noch in die Kommentare hineinschreiben, wofür ihr diesen WC-Sitz benötigt. Und ich werde dann einfach einen Zufallsgenerator hier drüber laufen lassen und dann die Gewinner einfach ermitteln. Wichtig, wenn ihr gewonnen habt, haltet euch bitte bereit, sodass ihr natürlich auch mitbekommt, dass ihr gewinnt. Das heißt, schaut das Auflösungsvideo und antwortet mir dann so schnell wie möglich. Denn wer hier zu lange wartet, verspielt seinen Gewinn und ich werde dann entscheiden, was mit dem Gewinn weiter passiert. So, das wäre es dann zu diesem Giveaway. Ich wünsche hier allen Teilnehmern recht viel Glück und sage dann mit Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.